Beisel vs. Repos Okay, und wir sehen bei beiden Spielern, dass sie Chars spielen, die sie eigentlich nicht spielen, und zwar Repos mit Diddy Kong und Beisel mit Roy Also wenn man weiß, dass die beiden in Friendlies diese Chars sehr oft spielen, dann ist man auch gespannt, wie das im Turnier aussieht Weil es ist relativ üben, wenn die Offline spielen Ja, was ist die Offline? Wenn die Friendlies spielen Jetzt auf jeden Fall bisher schon gut viele Prozente von Repos, aber Roy ist ein ziemlicher Momentum, Chars auf jeden Fall Also schauen wir mal, ob er diese Kombos kriegt Eben haben wir Häschen gesehen, also können wir das direkt mal ein bisschen vergleichen Und was ich jetzt bisher bemerkt habe, auf jeden Fall Als Unterschied zwischen Repos und Häschen ist es auf jeden Fall, dass Repos sehr viel öfter zulässt, dass es zum Neutral wieder kommt Nicht, dass er irgendwie an der Edge hängen bleibt oder sowas, sondern er kommt sehr viel öfter ins Neutral rein Und er gewinnt das Neutral relativ oft Bei Häschen war es eher so, dass es dann an die Edge ging und dann nicht wieder zurück Erster Stock jetzt an Repos Dann sind wir mal gespannt, wie Okip darauf reagiert Im Moment scheinen die Kombos von ihm nicht wirklich zu klappen Er versucht es, aber irgendwie ist Repos ihm immer einen Schritt zu raus Ok, Nerd to Fair Ganz nice Ja, Repos spielt safe, aber er kommt ziemlich gut klar jetzt gerade Scheint nicht gut auszusehen für Orchids A.k.a. Beißel Der muss sich jetzt auf jeden Fall schnell was einfallen lassen, weil er kriegt viel zu viel Damage hier Und er verliert das Neutral praktisch immer Oh, kein Upsmash Upsmash, also direkte Up-Air Nicht funktioniert, springt einfach raus Oh, ja, immer noch nicht tot Noch keiner Nope, das war's Die Trap Und Beißel springt genau rein Der Sieger ist Didi kommt Gut So, also Vielleicht Vielleicht jetzt gerade Jetzt schon, oder Achso, ok Also, wir sind jetzt In Game 2 Und wie man sieht, hat sich Beißel dazu entschieden Freit zu bleiben Ja, muss er wohl einfach besser spielen War aber auch auf jeden Fall Luft nach oben Im ersten Match Hat er jetzt nicht so gut gespielt Mal schauen Und sich daran jetzt was ändert Oh Forward Throw To Dash Attack Oh mein Gott Oh mein Gott Sehr schön hier von Beißel Schöner Footstool Sieht mit der Banane gearbeitet Die Banane ist wieder draußen Jetzt kriegt Didi kommt wieder ordentlich Prozente Oh Das sieht schon sehr viel flüssiger aus Als im ersten Game hier Von Beißel Die Down-Tilt-Follow-Ups klappen ganz gut bei Bei Repos Down-Fotter-Up-Air Ja, Up-Fotter-Up-Air Oh, da hat er sich rausgemasht Beziehungsweise Beißel hat zu lange gepummelt Und das wird schon Oh Er hat ihn tatsächlich weggespiked bekommen Und 88% die Schnapszahl Two-Stalk Comeback Und jetzt ist natürlich der Druck wieder auf Repos Weil er hat ihn im ersten Game schon ziemlich zerstört Aber im zweiten wurde er ziemlich zerstört Jetzt muss er natürlich überlegen War das ein Hoax oder nicht Jo, da kommt Da kommt der Didi-Kong Okay Er hat kurz überlegt Aber vielleicht nur Wird er da angetäuscht Also hier zum dritten Mal Zum dritten und letzten Match Beißel vs. Repos Gucken wir mal Repos jetzt auch versucht Ihn irgendwie Heftig zurück zu zerstören Weil das kann er Eigentlich nicht auf sie sitzen lassen Okay, er hat auf jeden Fall Schon ordentlich Grabs bekommen Und Follow-Ups Oh, noch eine Oh, er hat es wieder versucht mit dem Z-Drop Mit der von der Banane Den da irgendwie rein zu bekommen Vielleicht ein F-Smash Aber das hat den Repos nicht verwirrend Okay Beißel an der Edge Roundtick Immer noch an der Edge Oh, okay Er kommt da Papers Guess wrong Hier sieht es einfach mit dem F-Smash Nicht geklappt Er kommt auf die Stage zurück Oh, aber Man sieht doch hier und da Auf jeden Fall ein paar Flubs Oh, oh Konnte ich ihn nicht verpunischen Und hier wird Hard rumgerollt gerade Oh, da wird gerollt Aber Aber richtig Das Newtel besteht nur aus Rollen Hier Ist doch so Smash-Spiel Ich weiß nicht, wie das mit der Rolle Von Roy aussieht Aber Wie ist hier Repos Diddy Kong hat auf jeden Fall Eine ziemlich gute Rolle Die kann man gut spammen Es ist immer noch relativ Igen Aber so langsam Killed So einiges Ja Auch der Abtilt Zum Beispiel Und der erste Stock Geht an Repos Jetzt darf er nicht Die Nerven verlieren Und Das Newtel Vor allem Oh Oh Erscht Perfekt Oh Auch da wieder ein Flub Oh Er versucht ihn dann nochmal Zu graben oder sowas Und vielleicht eine Dare Schafft Kreuz Punishing Oh Auch hier Wieder ein Choke Von Weißel Trifft einfach nicht Ah Ja Die Banane 80% Jetzt schon Irgendwie Kriegen die Beiden Nicht wirklich Die Stocks Von Voneinander weg 90% Jetzt schon Er muss den Kill Irgendwann kriegen Aber er darf Jetzt auch nicht So blöd Attacken Spam Ja Auch hier nicht Getroffen Einfach Wo jetzt Wir haben schon gespielt Kannst du eintragen 2-1 Beißel Und Beißel hier auch Absmash 4 gerade Schafft er hier das 2-1 Oder geht wieder an einen Affen Absmash 3-1 Ne Gehen Ich weiß, ob er gerade nicht will Aber Beißel spielt Das ist ein Spiel Okay Downtilt Upsmash trifft nicht Aber der Abtilt Und das war's Für Beißel Oh Ich hab total vergessen Das Ergebnis einzutragen Und hier Angesalt Nicht ganz ernst zu nehmen Das sollt Und das war's hier Leute Das war's hier